Bier macht Spaß! Es ist ein schöner Frühlingstag in Pontypandy. Heute soll Tom Thomas seinen neuen Wallaby-Zwei-Hubschrauber bekommen. Wahnsinn Leute, der unten, der steht hier schon. Der nagelneue Wallaby-Zwei bietet deutlich mehr Platz als der Wallaby-Eins. Auch Sam und Schnuffi wollen diesen Moment natürlich nicht verpassen. Ganz ruhig Tom, den neuen Hubschrauber wird schon keiner klauen. Wow, wie gross der ist! Guckt euch hier mal die Radkästen an, Wahnsinn! Ich glaube, ich müsste mit sofort einen Testflug machen. Kurz den Heckrotor checken? Ja, scheint alles okay zu sein. Glückwunsch zum neuen Heli, Tom! Ja, auch von mir, Tom! So Leute, wer will beim ersten Flug mit dabei sein? Mann, bin ich aufgeregt! Komm, Penny, das lassen wir uns nicht entgehen! Gute Idee, Sam! Ich steige schon mal ein! Wenige Augenblicke später haben sich Sam und Penny sicher angeschnallt. Tom lässt bereits die Triebwerke von Wallaby hochfahren. Und hebt vorsichtig ab. Guckt mal, Leute, da unten, das scheint doch Norman zu sein. Und da unten, unsere neue Wache! Oh, hier, mein geliebter Wallaby 1! Und da, könnte Jupiter aussehen? Manu, was ist das? Ein Alarm! Ich kann die Maschine irgendwie nicht mehr stabilisieren. Leute, festhalten! Ich muss versuchen, die Maschine irgendwie runterzubekommen. Mit viel Kraft und Geschick gelingt es Tom Thomas, Wallaby zu landen. Penny und Sam scheint der unruhige Flug überhaupt nicht bekommen zu sein. Scheinbar stimmte da irgendetwas mit dem Heckrotor nicht. Gleich mal nachschauen. Ah, hier, der Stabilisator war locker. War nur ne Kleinigkeit, Leute. Wollen wir gleich nochmal starten? Äh, danke Tom, aber ich glaube, wir haben genug für heute. Shall they? Naja, was ist mit Ihnen, Feuerwehrmanns-Stil? Ne kleine Runde fliegen? Äh, danke Tom. Äh, nein. Fliegen ist nicht so, äh, meine Sache. Danke. Es ist ein schöner Sommertag in Pontipendi. Es ist bereits spät geworden. Viele Bauarbeiter haben die Baustelle bereits verlassen. Auch Mike Flack will nur noch die letzten Arbeiten erledigen, um dann Feierabend zu machen. So, fast geschafft. Nur noch mit dem Hammer kurz ein paar Nägel ins Holz hauen und dann ab nach Hause. Geschafft. Das reicht für heute. Ich werde mal mein Werkzeug zusammenpacken. Auch Norman Price ist auf der Baustelle. Denn es sind Ferien und Norman hat mal wieder Langeweile. Boah, cooler Kran. Ob man sich das mal aus der Nähe angucken kann? Hm, abgesperrt. Ach, auch egal. Kurz die Absperrung zur Seite und fertig. Normann klettert die Leiter des riesigen Krans Stück für Stück nach oben. Boah, ganz schön anstrengend. Und verdammt hoch hier. Und der Wind erst mal. Wenige Minuten später erreicht Norman das Führerhaus des Krans. Geschafft. Mal gucken, was man hier so alles anstellen kann. Hier, der blinkende Knopf. Das muss bestimmt der Startknopf sein. Mal drücken. Hm, geht. Und wenn ich den Hebel hier zur Seite bewege. Ah, cool. Und wenn ich den Hebel hier nach unten ziehe. Ah, so geht das. Jetzt hier den anderen Hebel. Und den mal gleichzeitig. Gar nicht so schwer. Ist doch total easy. Mit so einem Kran. Im gleichen Moment bei Mike Flatt. So, nun noch das restliche Werkzeug rein. Und ab nach Hause. Was es wohl zum Abendbrot gibt heute. In diesem Moment kommt der große Haken des Krans gefährlich dicht an Mikes Lieferwagen heran. Und verhakt sich in Mikes Auto. Nanu, was war denn das für ein Geräusch? Kurz darauf wird Mike samt Lieferwagen in schwindelnde Höhen angehoben. Hilfe, was passiert hier? Hilfe! Mike hängt mit seinem Lieferwagen in schwindelnerregender Höhe über der Baustelle. Hilfe! Hört mich jemand? Hilfe! Oh nein! Wie konnte das nur passieren? Irgendwie bewegt sich hier auch nichts mehr. Ich glaube, ich hau lieber schnell ab, bevor es noch Ärger gibt. Kurz darauf klettert Norman wieder Stück für Stück den Kran hinunter. Schnell weg, bevor mich noch jemand sieht. Ich muss irgendwie Hilfe holen. Am besten rufe ich Feuerwehrmann Sam. Hallo? Ja, hier ist Mike. Ich hänge mit meinem Lieferwagen am Kran. Nein, das ist kein Scherz. Wir klicken, sie rücken sofort mit Jupiter aus. Mike ist in Schwierigkeiten. Er hängt angeblich mit seinem Lieferwagen an einem Kran. Wenige Minuten später erreichen Sam und Elvis die große Baustelle von Ponty Pandy. Oh, Elvis, was ist denn da passiert? Mike hängt wirklich mit seinem Lieferwagen in der Luft. Sam, ich werde probieren, die Baufirma zu erreichen, damit jemand Mike wieder vom Haken lassen kann. Hm, geht keiner ran, Sam. Was nun? Dann müssen wir versuchen, Mike mit der Drehleiter zu retten. Okay, Sam. Okay, Elvis, ich bin bereit. Okay, Sam. Festhalten. Kurz darauf erreicht Sam den Lieferwagen von Mike. Und stopp, Elvis. So komme ich ran. Hallo, Mike. Was machst du denn hier oben? Hallo, Sam. Gut, dass du da bist. Keine Ahnung. Auf einmal wurde ich irgendwie angehoben. Okay, keine Sorge, Mike. Komm langsam zu mir. Noch ein Stück. Geschafft. Wenige Augenblicke später hat Mike sicher den Korb der Drehleiter erreicht. Festhalten, Mike. Es geht jetzt runter. Okay, Sam. Vielen Dank an euch beide. Ohne euch hätte ich da oben wohl die Nacht verbracht. Kein Problem, Mike. Aber wie konnte das nur passieren? Keine Ahnung. Mir war so, als ob ich Norman Price gesehen hätte. Oh nein, sie gucken in meine Richtung. Norman, bist du das? Könntest du mal bitte herkommen? Ich, äh, ja, ähm, klar, Sam. Norman, hast du etwa den Kran bedient? Ich, äh, ja, äh, tut mir leid, Sam. Norman, sowas kann böse enden. Bitte tu sowas nie wieder. Ja, in Ordnung, Sam. Und wieder geht ein spannendes Abenteuer in Pontypenny zu Ende. Falls ihr weitere Videos mit Feuerwehrmann Sam und seinen Freunden erleben möchtet, schaut doch gerne mal bei unseren anderen Videos vorbei. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch oder lasst sogar ein Abo da, denn unter allen Abonnenten werden wir ab sofort mehrmals im Monat tolle Preise verlosen. Bis zum nächsten Mal.